Ja also, heute war er ja auch so ein Dach, der hat sich nicht daran gekümmert, wie er vorbeigeht. Der hat sich selbst gar nicht erkannt oder als Dach definiert. Außerdem ist er ja noch. Ist er noch hell. Ist er noch nicht die Nacht. Und die Nacht ist ja meistens noch viel, viel unbekümmerter. Die scheißt sich ja gar nichts, würde ich sagen. Die ist ja meistens so schnell vorbei, dass man sich am Tag gar nicht mehr um die Nacht kümmert. Außer vielleicht da, wenn da so mal so erotische Albträume oder tolle Träume waren. Vielleicht schwingt es dann noch so in den Tag mit rein für einige Zeit. Aber wenn der Tag recht anstrengend ist, dann ist die Nacht nicht von Bedeutung mehr. Aber die kommende, die ist wieder wichtig. Weil ohne einen gesunden Schlaf, da ist der nächste Tag dann auch vielleicht anders. Ja, zuviel zum Thema thematisch betrachtet. Ja, zuviel zum Thema. Ja, zuviel zum Thema. Ja. Ja. Ja.